Moin Moin und Herzlich Willkommen hier auf meinem Channel. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich bin's wie immer Shopmaster. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir werden auch gleich starten, um keine Zeit zu verlieren. Bolbin mal wieder zurück. Hier noch im nächsten Outfit. Ah, klick, klick. So, ein Powerboard, ein paar Emotes. Okay, sollte auch schon reichen, so Wuff-X. Alias Wolverine. Ich guck gerade, es wurde ausgetauscht. Also Wolverine weiterhin mit drin. Mangsangstil ist jetzt nichts Neues. Wurde bloß ein bisschen ausgetauscht. Wusteblume. Sehr süß. Auch nichts Neues. So, die Sternenbanner. Ich kann mir gestern nach langer Zeit mal wieder mit rein. Knall-Color ist eigentlich sehr süß. So, Cap is back. Sommerskins. Wer Hunger auf dem Eis hat, der kann sich gerne McWaffle holen. Metallica, wie immer was durch. So, die teuren Neo-Pakete ohne Worte. Crew-Paket. Hier hat ja auch nichts weiter getan. So, das war's dann erstmal. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Heute ist der alte Abendspiel, eure Jungs. EM 2024. Ansonsten würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Das war's. Wir sind raus. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao for now.